Guten Tag. Willkommen zurück. Ihr habt wahrscheinlich nicht viel gemerkt davon. Man weiß es nicht. Ich bin zu spät losgelaufen. Aber wir hatten gerade ein paar technische Probleme. Weil meine Kerne nicht mehr wollte. Man weiß nicht warum. Vielleicht ist sie defekt. Man weiß es nicht. Wie soll morgen eigentlich das Wetter gehen? Soll es regnen? Oder stürmen? Oder schneiden? Okay. 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 Ich möchte jetzt gerne wieder das Dino Level machen. Das hat mir besser gefallen. Okay. 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 Geht nicht! Alter, schon viertel vor sieben, ey. Ich habe so langsam das Gefühl, wir spielen heute gar kein anderes Spiel mehr. Geht! 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 Ich hole die Scheiß drei Sekunden dann nicht mehr. Ich. Warum gehen die nicht kaputt? Okay, das muss ich mir merken, da komme ich hin. Okay, ich bin ich schon. Ich denke die ganze Zeit, man kann zu jeder Zeit einen Doppelsprung machen, aber es geht Das ist nur in der Aufwärtsbewegung oder halt dann, wenn es gerade an dem Punkt ist, wo es zurückgeht. Das hat irgendeine Ahnung. Höhepunkt! Fick dich! Ich bin ein Furchtes. Ich bin ein Furchtes. Ja, ich bin ein Furchtes. D nett, an denen ich Lots Ride umbote hatte penget Lorenzen, also? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Nein! Das war's für heute. Ich hab' mir das Lippe doch irgendwann mal früher gemacht ey, das Ding ist ja am Ende noch zu erleben. Ich krieg's. 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 Ich habe aber selbst noch nie einen Koffer geschrottet. Ich glaube, dass ich mich daran erinnern kann, dann sind zwar mal welche geflogen. Vielleicht ist er schon drei Zeit, aber das klingt nie. Dann hat mich mein Vater noch nicht umgebracht. Doppelte Tastenbelegung. Ich kriege zu viel, wer hat sich dem Mist ausgedacht? Ach, ich언ne! Ich hole dir, du wirst hier! Okay. Aber wenn ich mich anders anhöre, dann habe ich wahrscheinlich als Quelle Flieber zu fern. Geh ich mal von aus. Wer kennt mich? Wo ist meine dritte Maske? Halt mal. Nee. Immer noch... ... mein Mikrofon. Habt ihr das gerade gehört, dass ich da dran ruhe und schmuggeln habe an dem Mikrofon? Ja. 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 Ich habe immer dieses Level hier Der, der hier programmiert hat, der sollte gefeuert werden. Der, der hier gefeuert wird. Das war's für heute. Okay. Wie ist das? Eine Sekunde haben wir schon mal verpasst. Das ist nicht Grad-Horror, es ist schon immer Horror. Oh, Kisten sammeln das hier. Horror. Oh, Kisten. Das war's für heute. Keine Maske mehr. Ich weiß nicht mehr genau wie das Ende von diesem Scheißlevel aussieht. Ob man da einfach so hinschweben kann. Ob da vorne irgendwie Gegner sind oder Abgründe. Keine Ahnung. Ich hab Angst, dass ich dann da rüberschwebe und dann genau hinten hinab und lande. Wäre schön, wenn ich die Masken schön bis zu 100 krank. Könnte. Ich hab's noch nicht einmal bis zum Ende geschafft. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Jetzt geht der Hinnertum Scheißblock mal noch los. Entschuldigung. Diese überscheuerten, verwechsten, wechselungen. Und wenn ich das nicht immer noch losgekehrt. Die Masken- Wo? Ja! Das war's für heute. Ich sag's schon gar nichts mehr, ich sag das nicht schon gar nichts mehr, echt. Ich sag's schon gar nichts mehr, ich sag's schon gar nichts mehr, ich sage ganz ehrlich, ich sage gar nichts mehr, ich glänze. Alter, ich spiele keine Remakes mehr, echt. Ich spiele keine Remakes mehr, das ist echt nur dumm, was da rauskommt. Da sind die besten 3 schon gemacht worden, deswegen spiele ich keine Remakes mehr, das ist echt nur dumm, was da rauskommt. Okay. Was ist die Kumpel? Okay. Nein! Oh nein, das stimmt, da geht das nach oben. Oh scheiße, ich hätte einfach auf den Wichsern landen sollen. Da oben war glaube ich das scheiß Drecks innen, ey. Na ja, gesagt. Hat jemand gesehen, wie viel Zeit ich gebraucht habe bis dahin? Das war's für heute. Vorbeigesprungen. Es ist so dumm. Hallo? Oh mein Gott, bist du behindert oder was? Entschuldigung, ich hab schon wieder geklaut. Oh mein Gott. Die Rolle ist sowieso nicht verstehs nicht. Es ist noch gut Zeit, aber wir machen auch ohne die 30. Die Rolle ist weg, aber auch nur für mich dabei. Kann sotermine. So ist der Fall, aber was weinig ist gar nicht. Der Fall ist mir nicht auf der Fall der Fall. Ich bin ein ganzes Gefühl. Sie hat sich nur eingegangen, was ich nicht? Ich hatte die Frage immer noch. Das war's für heute. Oh Was ist das? Vielleicht mache ich mir auch viel zu viel Druck hier in dem Land, will ich weiß. Ich habe mich nicht mehr zu tun, aber ich habe mich nicht mehr zu tun. Die Gottfra, tamte Scheisse, Mann! Diese dumme Steuerung, echt! Die Gottfra, tamte Scheisse, Mann! 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 Was ist das? Ihr Hundesöhne, oh Gott, endlich ist dieses dumme Drecksspiel weg, ich will es gar nicht mehr, mach die Scheiße hier aus. So, es ist vorbei. Endlich ist es vorbei. Es hat sich lang genug hingezogen jetzt. Das ist aber auch ein Dreckslevel. Da kann ich dir zustimmen. Diesmal gibt es keine Credits zum Ende. Das ist jetzt für mich vorbei, dieses Spiel, zum Glück. Ich hoffe, euch hat das Live-Let's Play zu Crash Bandicoot 3 mit DLC gefallen. Nö, warum? Warum soll ich speichern? Ja, mit DLC gefallen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Live-Let's Play wieder. Was auch immer es sein wird, man weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, bis denn hin. Tschüss! ... ...